Reichweite und Sichtbarkeit auf LinkedIn. Dazu gibt es ja viele Mythen und auch wenn Reichweiten scheinbar sinken und LinkedIn so hin und wieder am Algorithmus-Schräubchen dreht, kannst du weiterhin mit einem einzigen Posting tausende und auch zigtausende Personen eurer exakten Zielgruppe erreichen, wenn du weißt wie. Und das Beste dabei, auf keiner anderen Plattform können wir Unternehmensentscheider so gut erreichen wie auf LinkedIn und gleichzeitig nutzen sie die Plattform sogar in so einem Mindset, das sie offen für Geschäfte macht. Gary Vee hat das letztens schön ausgedrückt. Er sagte, die Leute verstehen nicht, wie konsistent man organische Reichweite auf LinkedIn bekommen kann. Jeder im B2B sollte dort Content machen, denn die Psychologie von LinkedIn-Nutzern, die ist sehr, sehr empfänglich für Business-Transaktionen. Also springen wir rein und gehen fünf Kniffe durch, die du sehr wahrscheinlich noch nicht kanntest, womit man genau das super hinbekommen kann. Am Ende habe ich übrigens wieder eine kleine Überraschung für euch, die sich sehr, sehr lohnt. Also, los geht's! Ja, ich habe die letzte Zeit damit verbracht, unser LinkedIn-Training, die LinkedIn-Formel, komplett neu zu erarbeiten. Das Ziel war klar, nach der ersten Version, die so vor zwei Jahren rauskam, weiterhin das beste LinkedIn-Training auf dem Markt anzubieten, das einfach für enorme organische Reichweite und Sichtbarkeit sorgen kann. Natürlich hatte sich seit Version 1 einiges verändert, sodass ich das ganze Training jetzt einfach nochmal komplett neu konzipiert und produziert habe. Und ich kann euch sagen, ich bin ziemlich stolz drauf. Und ich bin sicher, dass es diese Inhalte so nirgends anders gibt, auch nicht in dieser Form snackable kuratiert, inklusive all den Vorlagen, Schablonen und Bausteinen zum sofort anwenden. Aber bevor du jetzt danach suchst, schau lieber dieses Video hier einmal bis zum Ende, das wird sich lohnen. Denn hier kommen jetzt fünf kleine Themen von insgesamt über 70 aus der neuen LinkedIn-Formel. Ich habe gerade mal eben nachgezählt. Als kleiner Vorgeschmack, als Gruß aus der Küche sozusagen. Aber allein diese fünf jetzt, die sollten euch schon deutlich näher an eure LinkedIn-Ziele für dieses Jahr bringen. In Kniff Nummer 1 geht es um einen sehr, sehr schönen Hack für dein LinkedIn-Profil, um mehr Follower zu bekommen und auch mehr solcher Personen, die die Glocke aktivieren. Und das wiederum sorgt dann für mehr Reichweiten und mehr Engagement für deine Postings. Für das Hintergrundbild deines LinkedIn-Profils möchte ich dir einen sehr, sehr, sehr schönen Kniff zeigen. Und zwar ist es dieser, den man hier auch bei Paula im Profil jetzt sieht und der dazu führt, dass du wirklich mehr Follower bekommen kannst und auch mehr solcher Follower, die dann auch noch regelmäßig deine Postings auf LinkedIn sehen. Und zwar siehst du das hier oben in Paulas Profilbild. Da haben wir im Prinzip hier so ein Header-Bild, beziehungsweise Hintergrundbild, wie es offiziell über LinkedIn heißt, gebaut. Das eigentlich bis hier unten geht, rein technisch, aber der untere Part, das untere Viertel des Hintergrundbildes, ist einfach in weiß gehalten. Und dann gibt das diesen schönen Effekt, dass wenn man dann hier diesen Pfeil hinmalt, der so scheinbar aus dem Hintergrundbild oben herausragt und auf diese Glocke hier zeigt. Und dann haben wir da einfach dazu geschrieben, was man hier bei Paula bekommt, nämlich tägliche B2B-Marketing-Info-Posts. Hier ist natürlich wichtig, den Leuten zu zeigen, what is in it for me? Warum sollte ich jetzt hier Folgen klicken und dann noch die Glocke aktivieren? Was bringt mir das? Also immer aus Sicht der Follower aus eurer Zielgruppe denken, was ist hier relevant für sie? Aha, ja, tägliche B2B-Marketing-Info-Posts. Wenn ich mich dafür interessiere, dann kann das relevanter, nützlicher, wertvoller Content sein. Insbesondere, wenn ich jetzt schon irgendein Posting von ihr im Feed gesehen habe und mir dieses gefallen hat und ich denke, hey, da würde ich gern häufiger was von Paula sehen und lesen. Dann Folgen klicken, Glocke aktivieren. Diesen Pfeil so mit diesem coolen Effekt hier raus auf den Standort der Glocke zeigen lassen. Muss man ein bisschen ausprobieren, ein bisschen austesten dann. So ein Header-Bild hier, das kann man sich in Canva oder in jeglichem anderen Grafik-Tool dann natürlich bauen oder bauen lassen. Und dann ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Trick hier für das Hintergrundbild, das auch wirklich, ich habe es bei mir gemessen, ich habe gesehen, seitdem ich das bei mir so habe, sind mehr Leute, die bei mir auf Folgen klicken, scheinbar die Glocke aktivieren, weil dadurch meine Aktivitäten, meine Reaktionen, mein Engagement, meine Kommentare auf meine Posts und meine Impressions, meine Ansichten danach auch wirklich nochmal angestiegen sind. Beim zweiten unserer fünf Kniffe hier siehst du, wie du mit deinen Postings viel, viel, viel bessere Aufmerksamkeit im Feed deiner Follower bekommen kannst, sodass die dann auch wirklich stoppen, wenn sie deinen Posting in ihrem Feed sehen und zwar durch den perfekten Scrollstopper, den perfekten Pattern Interrupt. Es ist so, dass der Scrollstopper sich zusammensetzen kann aus der Hook, also dem ersten Satz, der in der Copy drinsteht, also der im Text unseres Postings steht. Der erste Satz, der ist sehr, sehr, sehr kritisch. Wenn der Neugier weckt, ist das immer ein wichtiger Part, der dafür sorgen kann, dass wir eben stehen bleiben beim Scrollen durch unseren Feed. Natürlich auch das Creative, also das Bild oder das Video, das wir sehen, das ist meistens sogar das allererste, was wir sehen. Wenn das auffällt, wenn das irgendwie unsere Neugier weckt, dann bleiben wir stehen. Und das Ziel an der ganzen Geschichte ist eben immer, dass wir durch das Bild oder durch die Hook, also den ersten Satz, dass wir stoppen, den Scrollstoppen und dass wir danach auf diesen Mehranzeigen-Button klicken. Also wenn du mal in deinem LinkedIn-Feed guckst, dann siehst du, da werden immer so die ersten drei, vier, fünf Zeilen nur angezeigt des Textes, also der Copy. Und dann wollen wir eben, dass unsere Leser, unsere Zielgruppenmitglieder, dass die natürlich auf Mehranzeigen klicken, sodass sie dann auch unseren kompletten Text lesen können. Wenn du ein Text plus Bild-Posting machst, dann sind so die ersten drei Zeilen sichtbar. Und wenn du ein reines Text-Posting machst, dann sind so die ersten fünf Zeilen sichtbar, bis eben dieser Mehranzeigen-Button kommt. Hier sieht man mal ein Beispiel, das hat hier der gute Tolga veröffentlicht auf LinkedIn. Und da siehst du jetzt einfach mal, er hat hier das als Hook genommen. Heidi Klum und die reife Mango. Da denkst du natürlich so, hm, das ist irgendwie komisch. Das ist ein Pattern-Interrupt, ne? Also man denkt nicht, das ist ein Pattern-Interrupt, aber das weckt irgendwie Neugier. Das fällt auf, das ist komisch. Da will ich doch jetzt mal hier auf Mehranzeigen klicken und mal gucken, was das jetzt, was diese komische Hook, dieser komische erste Satz jetzt wirklich, womit, was es sich damit auf sich hat. Und dann klicke ich natürlich auf Mehranzeigen, weil ich wissen will, was zeigt er mir jetzt hier genau an. Und dann habe ich euch eben auch noch ein Beispiel mitgebracht, wie angekündigt, nicht schön, aber ein gutes Beispiel. Und das hat hier der Holländer Paul Brink mal gepostet. Das ist wahrscheinlich einer der, ja, erfolgreichsten, in Anführungszeichen, LinkedIn-Posts jemals gewesen. Zumindest anhand der Anzahl der Ansichten, Impressions gemessen. Ich denke, man sieht es ja nicht, aber ich denke, er wird da mehrere Millionen Aufrufe mitgehabt haben. Und er hat dann hier dieses Bild gepostet von seiner Tochter, die irgendwie auf der Straße verprügelt wurde. Und, ja, und hat dann eben dieses Bild dazu gepostet. Und ihr könnt es euch selbst vorstellen, wenn man dieses Bild in seinem Feed sieht beim Scrollen, da kann man nicht anders als stoppen, als hängen bleiben und muss erst mal gucken, was das jetzt überhaupt hier zu bedeuten hat. Und ich habe euch dieses Beispiel mitgebracht, um hier wirklich einmal, ja, eine extreme Form solch eines Scrollstoppers zu zeigen. Deswegen, natürlich müssen unsere Postings jetzt nicht alle solch ein trauriges Thema haben und so extrem sein. Aber ich denke, ja, um euch das einmal ganz, ganz, ganz plakativ zu zeigen, was die Psychologie dahinter ist, können wir uns dieses Bild hier eben als gutes Beispiel einmal ansehen. Bei Kniff Nummer 3 geht es darum, wie du nie wieder Ewigkeiten Zeit damit vergeuden wirst, Bilder für deine Postings kreieren zu müssen, erstellen lassen zu müssen, raussuchen zu müssen, etc. Du siehst, wie du starke Bilder ganz, ganz, ganz schnell und einfach erstellen kannst, die dann aber auch wirklich gut funktionieren. Ja, dann wollen wir noch mal ins Thema Bilder reingehen. Bilder, das ist ja so ein Thema, ne? Woa, welches Bild wollen wir denn an unser Posting dran packen? Da müssen wir uns jetzt erstmal irgendwelche Bilder ausdenken, mit großem Aufwand Bilder produzieren. Und hier kann ich dir sagen, hey, das geht auch schnell und einfach. Und da zeige ich dir hier mal ein paar sehr, sehr coole Kniffe. Siehst du zum Beispiel hier, das ist das Bild, was genau zu diesem Posting passt, das wir uns vorher schon angeschaut haben. Und hier habe ich es super easy mir gemacht. Ich habe einfach die Slide, das war hier ein Vortrag von mir, aus diesem Vortrag habe ich einfach auf meinem Bildschirm aufgemacht und drauf gezeigt und davon wiederum mit meinem Handy ein Foto gemacht. Und dieses Bild, diese Art von Bild, die nutze ich häufig in meinen Postings, weil sie einige psychologische Effekte haben, die halt sehr stark wirken bei uns Menschen. Wir Menschen wollen gerne, wir gucken gerne auf Screens. Das kennst du, den Effekt, wenn du im Restaurant sitzt und irgendwo hängt ein Fernseher, alle gucken die ganze Zeit nur auf den Fernseher. Und genauso ist es, wenn wir so ein Screen, das kann man auch mit einem Handy übrigens machen, mit einem Handyscreen, auf so einem Bild in Social Media sehen, wollen wir sehen, was steht auf diesem Screen drauf. Da gucken wir automatisch hin, da bleiben wir hängen. Das ist der Pattern Interrupt. Das ist der Scrollstopper. Und dann sieht man hier sogar noch so Details auf dem Bild mit dem Content Recycling Framework. Das heißt, Leute wollen nochmal erst recht gucken, was ist das denn? Wie funktioniert denn das hier eigentlich ganz genau? Und dann noch der zweite psychologische Effekt, dass hier eine Hand zu sehen ist, die dorthin zeigt. Das ist auch nochmal etwas, wir Menschen gucken einfach immer dorthin, wo andere Menschen hinzeigen. Das ist irgendwie so in uns eingebaut. Und deshalb hat dieses Bild hier einfach auch eine große, große organische Reichweite bekommen. Und es ist super easy, innerhalb von 30 Sekunden mit dem Handy am Arbeitsplatz direkt zu erstellen. Weiteres Beispiel, was genau in diese Richtung geht. Hier nochmal, ich habe auch einfach wieder die Slide Fullscreen auf dem Screen aufgemacht. Ich habe den Screen fotografiert, ich habe drauf gezeigt und zack, davon ein Foto gemacht und dieses Foto sehr, sehr schnell und einfach für mein Posting verwendet. In diesem Fall habe ich sogar noch das kleine Gimmick mit reingenommen, dass man die Uhr sieht. Da gucken dann Leute, die sich vielleicht für Uhren interessieren oder so, auch mal hin und gucken, was hat denn der da für eine Uhr an? Auch das sehr schnell und einfach gemacht als Bild produziert. Was auch immer sehr gut funktioniert, ist natürlich Bilder, die Selfies sind oder einfach glückliche, fröhliche Bilder mit anderen Menschen. Hier jetzt in dem Fall mit meiner Kollegin Kim. Und ja, das ist auch etwas, wie ihr seht, ein Posting, das eine gute organische Reichweite bekommen hat. Einfach weil wir da beide freundlich, happy aus der Situation heraus einfach ein Selfie miteinander gemacht haben. Man sieht im Hintergrund noch die anderen Menschen, auch das, super schnell und einfach produziert und schnell zu erledigen. Da muss man keinen Arbeitskreis für aufmachen, um ein Bild für ein Posting zu produzieren. Aus dem echten Leben gegriffen hier. Document und eben don't create. Wichtig ist, dass ihr Bilder immer in quadratischer Form bei LinkedIn hochladet, kurz auf quadratisch zuschneiden, weil ihr damit eben den größten Real Estate, den größten Platz im Feed der Leute einnehmen könnt. Hier ein ähnliches Bild mit dem guten Christian. Auch das wieder genau das Gleiche. Einfach ein Selfie gemacht. Aus der Situation heraus, innerhalb von wenigen Sekunden ist das Bild fertig gewesen und der Post hat eine schöne Reichweite bekommen. Eine weitere Möglichkeit, die ich euch noch zeigen möchte, ist es, auch mal so etwas hier zu machen, wenn es um fachliche Themen geht, wo ja auch wieder das Ganze auf den ersten Blick erstmal so komisch für die Leute wirkt, dass sie einfach gar nicht anders können, als im Feed zu stoppen, Pattern Interrupt und mal zu gucken, was da jetzt genau los ist. Ja, also hier ging es jetzt um das Thema LinkedIn-Ads-Preise. Ich habe dann hier die Dinge einfach, ich habe einen Screenshot gemacht und super schnell und einfach das hier so handgemalt markiert. Da jeweils ein Pfeil hingemalt. Wir Menschen sind eben auch so gestrickt, nicht nur dort, wo jemand drauf zeigt, sondern auch dort, wo ein Pfeil hinzeigt. Müssen wir halt erstmal hingucken und dann ist mir aufgefallen, ey, da muss ich ja nur noch hier unten so ein kleines Mund dahin malen. Dann hat man sogar so eine Art Smiley und das ist halt dann sehr, sehr, sehr kurios. Das war jetzt Zufall, dass ich das so mit dahin gemalt habe, aber was wir sonst auch einfach mal machen, ist etwas auf dem Bild zu markieren, einfach zu umkreisen, Pfeil dahin zu malen und zack, schon, ja, muss man gucken, was da jetzt genau gezeigt wird, welche Zahlen, Daten, Fakten, welche Details dort auf dem Bild zu sehen sind und so kann man auch schnell und einfach Bilder erstellen. Und da könnt ihr jetzt natürlich auch mal in eure, in euren Content, in eure Richtung, in eure Branche denken, ja, was solche Bilder hier so oder so ähnlich produziert für euch sein könnten, die eben schnell und einfach, einfach funktionieren und wo man keinen großen Aufwand jedes Mal machen muss, um Bilder zu produzieren. Kniff Nummer vier jetzt zeigt dir eine sehr schöne Methodik, wie du Kontakte, die dich anfragen, also die dich hinzufügen, die dir eine Kontaktanfrage senden, dann auch in deine eigene Kontaktliste, in deine E-Mail-Liste, in dein CRM übernehmen kannst, indem du ihnen etwas anbietest und sie sich damit in deinen eigenen Zielgruppenbesitz begeben, du dich damit also unabhängig machst von LinkedIn. Du wirst feststellen, dass auch du regelmäßig neue Kontaktanfragen bekommst, je mehr du aktiv bist auf LinkedIn, je mehr du Content postest, je mehr Leute dich wahrnehmen und sehen. Und jetzt kannst du natürlich einfach nur all diese Kontaktanfragen annehmen, 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 annehmen klicken. Das willst du aber nicht machen, weil das, wenn dir jemand eine Kontaktanfrage sendet, dann ist das eine Steilvorlage für dich, dass du hier direkt von Anfang an dafür sorgen kannst, euren Relevance-Score einander zu erhöhen, um dann dafür zu sorgen, dass die Leute deinen Content sehen, damit interagieren können, dass du den Content deiner neuen Kontakte siehst, die dich hinzugefügt haben. Und deshalb kannst du Folgendes machen und hast sogar dazu noch den Nebeneffekt, dass du die Leute auch direkt, und zwar nur die, die dich hinzugefügt haben, das machst du nicht mit Leuten, die du hinzufügst, sondern nur die, die aktiv auf dich zugekommen sind, und die Möglichkeit hast, in deine E-Mail-Liste, in deine Kontaktliste schon mal in dein CRM zu führen, indem du ihnen etwas gibst, Serve-First-Prinzip anwendest. Und hier siehst du ein Beispiel, wie ich das mache. Ich mache es so, dass ich jede neue Kontaktanfrage, die ich bekomme, mit einer Einladung zu einem Freebie von mir begrüße. Das heißt, in diesem Fall hier hat jetzt zum Beispiel Marcel mir eine Kontaktanfrage geschickt und statt einfach nur akzeptieren zu klicken, antworte ich sozusagen standardmäßig mit solch einer Nachricht hier. Moin Marcel, vielen Dank für deine Einladung, freut mich. Schau mal, zum Start vielleicht ganz hilfreich für dich, unsere beliebtesten Schablonen zu B2B-Marketing, such dir gern was aus. Das hier ist dann der Link zu unserer Download-Seite. Hab viel Freude und Erfolg damit, herzliche Grüße aus dem 5. Wiener Bezirk, dein Michael. Zack. Und da kommen sehr, sehr, sehr nette Nachrichten zurück. Man sieht es hier, hey, danke dir, demnächst ein gutes neues Jahr, grüß aus Düsseldorf. Zack. Und das ist ein wichtiger Part mittlerweile, um unsere E-Mail-Liste auch immer weiter mit Leuten zu füllen, für die das, was wir anbieten, auch wirklich relevant und hilfreich ist. Und ja, das kannst du auch einfach machen. Und es ist eine super Möglichkeit, um hier auch eine weitere Quelle zum Füllen deiner Kontakt- und E-Mail-Liste aufzumachen. Bei Kniff Nummer 5 jetzt, da geht es wirklich um den Nummer 1 Fehler, den die aller, aller, allermeisten Unternehmen auf LinkedIn machen, was ihre Unternehmensseite betrifft. Die meisten nutzen nämlich die Unternehmensseite komplett verkehrt. Und ja, jetzt gehen wir durch, wie du sie richtig nutzt. So, wir haben ja schon kurz gehört, dass die Unternehmensseite und das Spielen von Content auf der Unternehmensseite, der Company Page eures Unternehmens, dass das nicht wirklich sinnvoll ist, da regelmäßig Postings von der Unternehmensseite zu veröffentlichen, weil diese einfach in der Regel keine organische Reichweite bekommen. Unternehmensseiten werden einfach vom LinkedIn-Algorithmus benachteiligt. Höchstwahrscheinlich deshalb, weil LinkedIn natürlich will das Unternehmen für Reichweite Geld zahlen, also LinkedIn-Ads einkaufen. Und deshalb sollte man für das initiale Posten von Content immer persönliche Profile von den Personen aus den Unternehmen nutzen. Das heißt, die Strategie, um Content vom Unternehmen nach außen zu tragen in Richtung der Zielgruppe, ist es, dass Mitarbeiter zu sogenannten Brand Advocates werden und dann von deren persönlichen Profil Content eben veröffentlicht wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur persönliche Profile diese organische Reichweite und Sichtbarkeit so erreichen können, wie wir es hier in diesem Training durchsprechen. Natürlich verstehe ich, dass trotzdem auf der Unternehmensseite etwas los sein soll und dort in dem Moment, wenn zum Beispiel potenzielle Kunden oder Kunden oder potenzielle Mitarbeiter auf die Unternehmensseite draufgehen und dort auf Beiträge klicken, dass dort auch was sein soll und dass man dort auch Content sehen soll. Und deshalb empfehle ich euch dafür folgende Strategie, um eben auch Content auf der Unternehmensseite zu haben. Macht es so, dass ihr den Content, eure Postings zunächst vom Profil eben oder vom persönlichen Profil eurer Mitarbeiter postet. Das kann natürlich, das kann der Chef sein, das kann die Chefin sein, das können die Führungskräfte des Unternehmens sein, das können die Mitarbeiter des Unternehmens sein, ist ganz egal, wen ihr euch da überlegt, wer nach außen sozusagen euren Content tragen soll, als Thought Leader könnte man sagen. Und dann macht ihr folgendes, dass ihr diese Postings, die übers persönliche Profil der Mitarbeiter oder vielleicht auch nur eines Mitarbeiters oder nur des Chefs oder so veröffentlicht wurde, dass ihr die dann über die Direkt-Teilen-Funktion auf der Unternehmensseite repostet. Das gucken wir uns jetzt einmal in der Realität an, wie das genau funktioniert. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Posting von mir, das habe ich hier veröffentlicht und da bin ich jetzt hier eben mit Kim drauf zu sehen. So, und dann gibt es hier unten die Möglichkeit, von mir umzuschalten auf das Unternehmensprofil und jetzt kann ich hier im Namen des Unternehmens sozusagen auf jeden Fall auch erstmal interagieren. Das würde ich jetzt nochmal machen und dann gibt es hier eben diese Teilen-Funktion und das ist jetzt das Wichtige. Das heißt, wir klicken hier auf Teilen und dort gibt es dann einmal mit Kommentar direkt teilen oder einfach nur direkt teilen. So, und was wir jetzt machen, ist, dass wir dieses Posting direkt teilen. Und dadurch wird sozusagen dieses Posting allen Followern von unserer XHour-Page in den Feed gespült. Das habe ich jetzt gerade getan. Und damit erscheint es dann eben auch hier unter Beiträge. Ich lade mal neu, mal gucken, ob es schon da ist. Unter Beiträge auf unserer Unternehmensseite. Und da sieht man dann, da ist es jetzt eben auch zu sehen. Und Leute können sich das hier angucken und so, hier sieht man, XHour hat es direkt geteilt. Aber so sieht man eben, ja, auch auf dem Unternehmensprofil guten, wertvollen, hilfreichen, nützlichen Content. Und auch die Unternehmensprofil-Seite ist sozusagen voll mit gutem Content. Und das ist der Trick, wie man es eben hinbekommt, dass man die organische Reichweite von persönlichen Profilen nutzen kann. Und trotzdem dadurch auch regelmäßig noch auf Unternehmensprofilen guten Content hat, der sogar noch viel persönlicher ist und sogar auch noch die Mitarbeiter zeigt. Und ja, so dann eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Dementsprechend bitte niemals einfach nur so Content von der Unternehmensseite veröffentlichen. Das bringt halt einfach nichts. So, jetzt wie versprochen für alle, die noch zusehen, möchte ich als kleines Dankeschön einen 100-Euro-Rabattcode für die neue LinkedIn-Formel rausgeben. Ich sage diesen Code auch nur hier an und schreibe ihn nicht in die Folgenbeschreibung. Er lautet nämlich XHour-100 in einem geschrieben. XHour-100. Damit bekommst du dann, ja, ganze 100 Euro auf die neue LinkedIn-Formel. Und in der Woche, wo diese Folge hier erscheint, da ist gleichzeitig auch noch Einführungswoche der neuen LinkedIn-Formel, wo wir sie ohnehin schon zum Vorteilspreis 100 Euro günstiger anbieten. Den Rabattcode XHour-100 kannst du also einfach zusätzlich anwenden. Dann bekommst du das wohl beste LinkedIn-Training auf dem Markt, ja, fast umsonst. Den Link zur Webseite der LinkedIn-Formel findest du in der Folgenbeschreibung. Da kannst du dann einfach draufklicken. Wenn du dich für das Training entscheiden solltest, freue ich mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ich kann dir sagen, das lohnt sich. Du wirst super, super viel mitnehmen. Ja, und ansonsten sehen und hören wir uns genau hier nächste Woche wieder. Abonnier dafür natürlich unbedingt diesen Kanal hier. Und als nächstes solltest du dir jetzt diese Folge hier ansehen namens Leads generieren mit LinkedIn und ChatGPT. Bis nächste Woche, dein Michael Assauer.